Moin, herzlich willkommen zum elften Video der Playlist Mathe-Rätsel. Ich habe dir wieder eine Aufgabe mitgebracht. Es gibt vier Antwortmöglichkeiten. Ich bin gespannt, ob du auf die richtige Lösung kommst. Nimm dir mal kurz Zeit, pausier das Video und im Anschluss erkläre ich dir natürlich wieder die Lösung. Starten wir direkt mit der Lösung 4 hoch 99 plus 4 hoch 99 kann man auch umschreiben zu 2 mal 4 hoch 99. Und nun können wir die 4 hoch 99, die 4 unten in der Basis, die kann man auch schreiben als 2 hoch 2. Also 2 hoch 2 hoch 99, weil 2 hoch 2 ist ja nichts anderes als 4. Der Rest bleibt einfach mal stehen, also die 2 wird vorher noch ganz normal multipliziert. Und nun sehen wir hier zwei Exponenten, einmal die 2 und die 99. Und es gibt ein Potenzgesetz, das besagt, dass man diese beiden Exponenten miteinander multiplizieren kann. Das machen wir natürlich gleich und wir sehen, davor steht noch eine 2 und die 2 kann man auch umschreiben als 2 hoch 1. Und das wird jetzt multipliziert mit 2 hoch 198, weil 2 mal 99 sind genau 198. Und nun können wir ein weiteres Potenzgesetz anwenden, dass die Exponenten hier addiert werden müssen, weil wir die gleiche Basis haben, also 1 plus 198. Und da kommen wir genau auf 2 hoch 199 und somit ist A hier die richtige Lösung. Ich bin sehr gespannt, ob du die richtige Lösung herausgefunden hast. Kannst du ja gerne mal kommentieren. Ich freue mich aufs nächste Video. Bis dahin. Ciao, ciao.